Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 20. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1335. Heute mit den folgenden Themen. Brave Browser, Google Glass, Ikea, 5G, Osmos, oder genau gesagt Osmos Plus, Fritzbox, Tensorlücke, Mastodon, MindGeek, Microsoft Edge, NordPass und iPad. Gerade deren viele Themen, aber es ist auch wieder mal schön. Brave Browser, ein alternativer Browser, den du nutzen kannst, wenn du nicht mit dem Google Chromium Browser surfen möchtest, aber dennoch die Basis von diesem nutzen möchtest. Denn auch der Brave Browser ist so, wie so viele, auf eben genannten Basis aufgestellt. Doch was gibt es jetzt da Neues? Da kannst du jetzt neu auch ein VPN nutzen. VPN ist ein einträgliches Geschäft für sehr viele Firmen da draussen, die eben ein solches anbieten. Apple hat so ein kleines VPN in iCloud Private Relay mit drin. Und ich sage extra kleines VPN, weil es kein richtiges VPN ist. Google One bietet neu, und das habe ich euch letzte Woche gesagt, für alle ihre bezahlenden Kunden ein VPN an. Und dann gibt es eben noch die zahlreichen anderen Plattformen und Anbieter mit VPN. Auch Opera hat in seinem Browser ein VPN, das du mit Geld nutzen kannst oder gegen Geld nutzen kannst. Und das Gleiche ist jetzt auch passiert. Und da muss ich mich kurz korrigieren zu der News-Episode im Geek Talk, dem Mutter-Format. Ja, das Abo hier kostet natürlich etwas 9,99 pro Monat und oder 99,99 pro Jahr, wenn ihr in US-Dollar bezahlt. Und dann könnt ihr mit bis zu fünf Geräten im VPN rumgurken. Na dann, viel Spass damit. Übrigens, den Brave Browser lohnt es sich anzuschauen. Ich nutze den sehr stark parallel zum Safari als Alternative. Google Glass. Kennt ihr das noch? Nee, ich meinte nicht die erste Generation. Die ist ja gestorben. Ach nee, ich meinte auch nicht die zweite Generation. Weil, ja, die ist ja gestorben. Ich meine, die dritte Generation. Und was glaubt ihr, was hat die mit dem Gleich oder den ersten beiden Generationen? Ja, sie ist gestorben. Google hat einfach kurzerhand auf der Webseite oder auf der Support-Seite bekannt gegeben, dass dieses Projekt und dieses Produkt eingestellt wird. Man werde nach wie vor an AR-Geschichten arbeiten, aber Projekt Google Glass ist gestorben. Wer hätte das gedacht? Es hätte, ähm, genau, nicht anders kommen können bei Google, leider. Irgendwie. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt und ob vielleicht noch ein Google Glass Nummer 4 kommt. Zumindest schaffen sie es nicht innerhalb der zehn Jahren, die sie jetzt schon drei Generationen aufgegleist haben. Aber wir werden es sehen. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Ikea. Die haben nämlich einen neuen Lautsprecher vorgestellt. Und den kann ich mir gut vorstellen, bei uns zu Hause zu haben. Denn meine Mädels nutzen jeweils ihre Bluetooth-Boxen im Badezimmer, um Musik zu hören. Sie nehmen es nicht gerade unters Wasser, aber das wird zukünftig möglich sein. Denn mit dem 15 Währungseinheit kostenden Bluetooth-Speaker könnt ihr das jetzt nämlich tun. Der kann man bis zu einer halben Stunde unters Wasser tun oder eben halt einfach dank IP67-Zertifizierung in der Dusche hängen haben, wo mal gelegentlich ein Tropfen draufkommt. Das macht dem Ganzen nicht aus. Ist sicherlich nicht so performant wie die Boxen, die meine Mädels haben. Was haben sie da? Logitech, die Boombox und die grosse Tochter hat irgendwas. Ach ja, genau, die von Huawei. Die haben natürlich eine ganz andere Klangqualität. Aber hier, was kann man sagen? 15 Währungseinheiten, in der Schweiz wahrscheinlich ein bisschen teurer, und einfach in die Dusche gehängt. 80 Stunden sollte er machen. Mehr Stunden machen dürfen jetzt dann bald auch die Mitarbeitenden bei der Swisscom, die dafür zuständig sind, Antennen aufzurüsten auf 5G und oder überhaupt neue Antennen aufzustellen für 5G. Weshalb das? Weil es endlich ein wegweisendes Urteil von Bundesgerichtsebene gibt, die es der Swisscom erlaubt, ihre 5G-Antennen aufzustellen. Unter anderem gibt es über, ich glaube, 3000 verschiedene Antennen hier in der Schweiz, die aktuell nicht gebaut werden dürfen, weil irgendwelche Personen irgendwelche lustigen, teilweise vielleicht berechtigten, aber meistens kruden Einsprüche erheben. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, ein wegweisendes Urteil von oberster Instanz vom Bundesgericht, die beschlossen hat, dass jegliche Einwände, die eben in diesem Fall ein älteres Paar aus Steffisburg bei Thun hatte, zunichte gemacht hat. Es heisst, ja, keine dieser Dinge, die sie aufgezählt haben, wollte der Richter geltend machen oder gültig sein lassen. Wie auch immer. Auf jeden Fall, die Swisscom hat gewonnen, oder besser gesagt, das Volk hat gewonnen, weil bald schon werden wir mehr 5G-Massen haben und damit noch besseres Internet. Da freue ich mich schon drauf. Weiter geht's mit Osmos Plus. Ne, das hat nichts mit diesen Offline-Spielen, die am iPad funktionieren und Kombinationsgeschichten zu tun hat. Es ist ein Spiel auf Apple Arcade, das du kostenlos nutzen kannst, wenn du Apple Arcade-Abonnent bist oder wie ich Apple One-Abonnent bist, wo das mit drin ist. Dabei geht es darum, wie heisst es so schön im Screenshot, absorbieren oder absorbiert werden. Es ist eine Mischung zwischen Steuerung, Geschwindigkeit und anderen Schlucken, bevor man selbst geschluckt wird. Und hyponotische Musik gibt es auch noch obendrauf. Ich habe mir das Spiel mal installiert. Mal schauen, ob ich in einer schwachen Minute dazukomme, ein bisschen rumzuspielen damit. In den Shownotes auf daily.kicktalk.ch oder im Podcast deines Vertrauens findest du die Links über die Themen, die ich hier heute bespreche. Wie immer, kennt ihr ja so. Und da findest du auch einen Link zu einem Fritzbox-Backup. Also nicht mal einem Fritzbox-Backup, sondern der Möglichkeit, wie du ein Fritzbox-Backup anlegen kannst. Denn nicht nur von deinen Daten, von deinen Fotos und von deinem was auch immer solltest du Backups anlegen, sondern auch von den Einstellungen deines Routers. Gewisse bieten die Lösung an. Bei der Fritzbox zum Beispiel ist das möglich. Wie du das machst, kannst du hier nachlesen. Und nach dem Backup gehen wir rüber zu Sicherheitslücken. Und da hoffte ich mir, hätte es auch das eine oder andere Backup gegeben. Aber dem ist leider nicht so. Google Pixel Smartphones. Google Pixel 6. Google Pixel 6 Pro. Und das 7er und das 7 Pro. Das sind die Geräte, die betroffen sind von einer hässlichen, heftigen Lücke. Und die ist im Prozessor, dem Google-eigenen, ach wie heisst du schon wieder, Tensor-Chip, der auf der Exynos-Basis, also von Samsungs-Chip basiert, der hat eine ziemlich hässliche Lücke. Insgesamt wurden 18 gefunden. Vier davon sind gravierend, die es erlauben, einem Angreifer den physischen Zugriff aufs Smartphone zu bekommen. Und das Update, das monatliche Update vom März bei Google, hat sich ja um eine Woche verschoben. Da haben viele gehofft, dass es deshalb ist, weil das noch nicht gefixt ist. Das ist jetzt zum Glück so. Das heisst, wenn du ein Pixel-Smartphone hast, unbedingt das Update reinschmeissen, weil die Löcher willst du gefixt haben. Unschön ist es aber, obwohl es eine Woche länger gedauert hat, für alle, die ein Google Pixel 6 oder das 6 Pro haben, die schauen in die Röhre, denn da gibt es kein Fix für die Löcher. Also ich würde das Telefon ausschalten. Genau, oder andere Vorkehrungen treffen. Geht natürlich auch. Auch Sicherheitslücken oder einen Sicherheitsvorfall gab es bei Mastodon. Genauer gesagt bei der Instanz Mastodon Social, einer der wahrscheinlich grösseren, wenn nicht sogar grössten Instanz von Mastodon selbst, wo ich auch einen Account drauf habe. Die haben eine kleine Fehlkonfiguration auf ihrem Server gehabt. Wer bis vor kurzem Datenexporte gemacht hat, also Archive von seinen Tröts, von den Freundeslisten, von den, wie heissen die Dinger, was man geliked hat und so weiter. Wer das, Lesezeichen ist es gegangen. Wer das exportiert hat und den Link irgendwie öffentlich irgendjemand anderem zugänglich gemacht hat und oder jemand anders den Link herausgefunden hat, der konnte darauf zugreifen. Grundsätzlich nicht so schlimm, weil alles, was bei Mastodon ist, ist ja öffentlich. Seien es die Bilder, Emojis, die Tröts etc. Was aber unschöner ist und eben es betrifft auch die, die nicht öffentlich sind, plus die Direct Messages, weil die sind nicht End-zu-End verschlüsselt. Deshalb solltet ihr euch immer überlegen, mit wem ihr auf Mastodon per DM schreibt und oder vor allem, was ihr da drüber schreibt. Da lohnt es sich, zwischendurch mal da wegzugehen und oder zu wechseln. Kommen wir zu MindGeek. Nein, das hat nichts mit Compute. Ah, doch eigentlich schon. Aber ihr entweder kennt den MindGeek oder nicht. MindGeek ist die Firma hinter... Jetzt muss ich piepsen. Ihr könnt es lesen in den Shownotes von verschiedenen Erwachsenen-Plattformen. Sagen wir es mal so, dass ich nicht piepsen muss. Genau, und die ist ja schon länger in Verruf. Aktuell gibt es ja auch auf Netflix eine Doku drüber, die ich vor kurzem gerade angeschaut habe. Kann man machen, sollte man unbedingt machen, um ein bisschen zu wissen, was da in diesem Internet mit diesen Filmen so alles passiert und im Hintergrund etc. Und ja, was ist jetzt passiert? Obwohl noch grosse Klagen auf die zukommen, ist es verkauft worden. Also MindGeek hat sich, oder die Macher hinter MindGeek haben sich auszahlen lassen und ein Private-Capital-Unternehmen aus Kanada hat die gekauft. Ihr dürft dreimal raten, wie die heissen. Ethical Capital Partners. Ja, ein spezieller Name für neue Besitzer solcher Erwachsenen-Plattformen. Ziemlich strange. Aber ja, mal schauen, was da passiert. Man möchte auf jeden Fall aufräumen und fleissig was tun. Mögt ihr euch noch an den Anfang von Microsoft Edge erinnern? Damals mochte ich ihn auch irgendwie noch, weil er startete schnell und lief. Aber Microsoft macht das Gleiche wie überall mit ihrer Software. Sie müllt sie zu. Sie ächseln mit diesen 32'000 oder keine Ahnung wie viele gefühlt Millionen Funktionen, die das hat. Und so machen sie es auch beim Edge. Da kommt immer mehr Zeugs rein und noch mehr und noch mehr. Und seither lüftet das Teil auch nur noch, also mein Computer, weil er mit der Last nicht mehr so zurechtkommt. Also mein Alter, wohlgewiss. Hört die neueste Geek-Talk-News-Episode, dann wisst ihr, weshalb der Neue es nicht tut. Und jetzt hat Microsoft noch was anderes reingetan. Etwas, was Oprah, Brave und andere schon drin haben, nämlich eine Krypto-Wallet. Das heisst, ihr könnt euch jetzt nicht nur die Möglichkeit, eben Geld auszugeben mit Fiat-Währung, ihr könnt bald auch schon Krypto-Geld ausgeben, direkt aus dem Browser heraus. Kann man machen, muss man nicht. Müllt doch diesen Browser nicht so voll, bitte. Eine weitere Erweiterung gab es bei NordPass, dem Passwort-Manager von Nord, unter anderem, was haben die, ja NordVPN, sagt wahrscheinlich den meisten etwas. Die haben auch einen Passwort-Manager, eben diesen NordPass. Und da drin ist jetzt eine Erweiterung gekommen, was Apple im letzten Jahr vorgestellt hat, Passkeys. Passkeys ist ja das, was Apple, Microsoft und Google und noch ein paar Companies in Kooperation mit der Fido-Allianz herausgebracht haben, der Zukunft des Passworts. Ich sollte mal dazu bloggen, eine kleine Randnotiz für mich. Genau. Ja, und die wurde jetzt da integriert. Und somit hat NordPass das 4-1-Passwort geschafft. 1-Passwort hat vor, ja doch, zwei, drei Monaten mal die Ankündigung gemacht, dass sie es bringen werden. Da ist bis jetzt noch erst in der Beta mit drin. Ich denke aber, das wird nicht mehr lange gehen. Kommt es auch hier mit rein. Und zu guter Letzt habe ich euch noch verlinkt, meinen 11-Monate-Test mit dem Apple iPad Air 2022, dem fünften iPad, und warum ich damit so extrem zufrieden bin und auch traurig bin, dass meine Testzeit langsam zu Ende neigt. In diesem Sinne, das war's mit den heutigen Themen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wenn ihr mögt, gerne bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.